Und damit auch. Hello there, liebe Freunde und willkommen bei einem neuen Video auf Star Wars Buddy. Heute wird's wieder richtig wild, denn wir packen ein neues Lichtschwert aus. Ihr wisst schon, dieses schöne Ding hab ich ausgepackt im Wert von knapp 400 US-Dollar. Dann gab's auch schon ein kleines anderes Unboxing für ein Lichtschwert unter 100 Euro. Und ich habe ein sehr interessantes Angebot geschickt bekommen für ein Lichtschwert, was normalerweise 55 Euro kostet, plus 11 Euro Versand aus China, also insgesamt 66 Euro, auf Wish. Es gab an diesem Tag aber eine Aktion mit 70% Rabatt auf alles. Ich hab's bestellt, 19,80 Euro insgesamt aus China, inklusive Versand für das hier. Es wurde angekündigt auf über einen Meter. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ist es jetzt nicht wirklich ein Meter. Aber vielleicht ist die Technik, die da drin steckt, weil man ja normalerweise 55 Euro dafür bezahlt, gar nicht so schlecht. Es soll Sound haben, es soll Geräusche haben, es soll Licht haben, es soll wechselbar sein, es soll Hit-on-Clash haben, das heißt, wenn du damit Dinge berührst, dann soll das auch reagieren. Ich kann's mir noch nicht wirklich vorstellen, es sieht halt wirklich mickrig aus. Und genau das werden wir jetzt auspacken. Es wird eine Katastrophe. Ja, tschüss. Ich sag es an dieser Stelle schon mal vorab. Ich hab's mir bestellt, weil es so unglaublich günstig war und ich nicht glauben konnte, dass das Ding einen Meter lang wäre und alles beinhaltet, was beschrieben ist. Ich ahne jetzt schon, absolut Schlimmes. Okay, es sieht sehr günstig verarbeitet aus und ich glaube, wenn ich jetzt mal so reinschaue, das ist auch wirklich alles, was da drin ist. Oh, dann. Ah, eine Bedienungsanleitung, das ist ja fantastisch. So, der Hund, ja, willst du das haben? Hau rein damit, darfst du haben. Ja. Willst du mal deinen Karton zeigen? Ich glaube, der Karton ist hierbei das Beste am ganzen Paket. Auf jeden Fall findet der Hund das so. Was soll das denn sein? Es ist tatsächlich eine Bedienungsanleitung vom Start, wie man das Blade in den Griff bekommt, feste macht. Die Bedienungsanleitung hier, topnotch. Wer die geschrieben hat, der weiß einfach, wovon man redet. Ach du Scheiße. Es ist halt wirklich, wirklich so klein, ne? Aber vielleicht kann man es auch als Shoto-Schwert nehmen, ne? Ahsoka-Cosplay-Incoming, Leute. Ich hab hier insgesamt momentan drei Lichtschwerter in verschiedenen Größen und vor allen Dingen Qualitäten hinten liegen. Eins ist ja hier noch. Zwei, lustigerweise, werden noch kommen. Mein eigenes Weihnachtsgeschenk. Das ist von der Qualität wieder in die ganz andere Richtung. Und noch eins von Wish, was wir aber im Laufe der Zeit dann noch hier aufmachen, was quasi das beste Qualitätsschwert auf Wish ist, was man bekommen kann. Auch das hab ich mit der 70%-Bestellung bekommen, weil es sonst halt ein bisschen zu teuer wäre. Gut, was wir hier haben, zum Festschrauben, was wir hier haben, ist jetzt haben wir den Hilt hier. Okay. Er ist aus Metall. Das hätte ich für 20 Euro nicht erwartet, auch wenn es beschrieben ist. What the fuck? Kann man hier was machen? Okay, der Griff ist aus Metall. Wir haben eine Ladestation da, wo wir es laden können. Oben ist natürlich wieder das LED drin. Verarbeitet ganz normal, sehr, sehr simpel. Und unten haben wir ganz kleine Lautsprecherboxen. Ich weiß nicht, ob man das Reflektieren sieht, aber das Ding war jetzt gar nicht so leise, auch wenn der Sound sehr günstig klang. Packen das Ding hier mal aus. Ich glaube, das war es auch. Hier in der Blubberfolie ist nichts mehr drin. Packen wir das mal weg. Wartet mal. Ich hole mal das richtige Lichtschwert von der richtigen Größe her. Also, das ist die Schoto-Länge. Ach doch, es hat Schoto-Länge. Tatsächlich. Aber es ist wesentlich dünner. Ihr seht das von der Qualität her gegen ein größeres Blade von Ultra Saber, die jetzt auch nicht die beste Qualität der Welt haben. Wobei, es kommt noch hier unten rein. Also es wäre ungefähr dann so lange. Es ist tatsächlich so wie ein Schoto-Blade. Und das wäre halt ein 36-Inch-Blade. Was aber nochmal, also eine ganz, ganz... Okay, ist eine ganz andere Preisklasse. Okay, never mind. Wir haben jetzt die Chance, laut Anleitung, das hier einfach mal da oben reinzustecken und dann festzudrehen mit einer Schraube. Und es soll einen Meter lang sein. Na dann. Dann lassen wir mal den einen Meter, einen Meter sein. Das ist relativ einfach. Das sind einfach kleine Gewinde, die da reinkommen und relativ nah dran geschraubt werden. So wie ich das sehe. Ich hoffe für euch alle, ihr habt Hände von einem Sechsjährigen. Sonst werdet ihr keinen Spaß damit haben. Ha, jetzt habt ihr es geschafft. Unser 19-Euro-Schwert. Okay, wir sind ready to go. Und hier einen einfachen Knopf. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Klinge seht. Es ist halt überall super schlecht verarbeitet. Holy shit. Das Tolle ist, ich merke gerade die Bewegung. Sie wird nicht wirklich erkannt. Oder nur sehr verzögert. Alter, ihr habt ja komplett die Verzögerung. Wir versuchen mal die Farbe zu wechseln. Was jetzt gerade nicht wirklich funktioniert. Oben die Spitze, da ist halt nicht mal mehr die Folie drin. Das scheint auch irgendwo verklebt zu sein. Ganz, ganz komisch gemacht. Als wäre das nicht da drauf gesteckt, sondern nur mit Tesa dran geklebt. Hier sieht man die Folie teilweise durchscheinen. Ich weiß auch nicht, was das soll. Wir gucken mal, wie man die Farbe ändern soll. RGB-Mode. Button-Click. Also dreimal klicken, um die Colors zu changen. Okay. Dann machen wir das doch mal. Okay, ich habe jetzt gerade nochmal auf Wish geschaut. Zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Auf der einen Seite soll es anscheinend gar nicht die Farben wechseln können, sondern wir haben hier Orange, was jetzt nicht so hart durchscheint. Und B, ich habe nochmal wegen dem Preis geschaut, anscheinend war das bei 50 und nicht 55 Euro. Minus 70 Prozent macht das hier im Endeffekt 18 Euro für das Schwert. Wir probieren das Ganze mal im Dunkeln aus. So Leute, wir haben es jetzt etwas dunkler gemacht. Hier ist das Schoto von Ultrasabers. Hier ist das 18 Euro unter 20 Euro Ding von Wish. Und das vergleichen wir jetzt mal von Helligkeit. Schoto von Ultrasabers. Hier sehen wir auch schon in der Verarbeitung, das sind krasse Unterschiede. Gar keine Frage. Und natürlich auch in der Dicke der Klinge. Das Ding momentan, glaube ich, 60 Dollar oder 60 Euro, irgendwas von beiden auf jeden Fall auf Ultrasabers, war eine Dreingabe bei mir damals. Ganz ehrlich, für unter 20 Euro, Metallgriff, der okay verarbeitet ist, nichts Besonderes, aber ist okay verarbeitet, mit der Klinge, mit dem Sound, es ist echt okay. Für unter 20 Euro wirst du nichts Besseres bekommen. Dementsprechend, trotz alledem, hätte ich es für den normalen Preis gekauft. Und da bin ich ganz ehrlich, da hätte ich mich verarscht, da hätte ich mich wirklich verarscht gefühlt. Und dieser Swing-Effekt, der ist halt komplett busted. Der reagiert halt null, so wie er sollte. Gegen ein großes Lichtschwert, auch von der Helligkeit her und vom Sound her, ist das natürlich eine ganz, ganz andere Sache. Ja, Sound von einem Wish-Ding, Sound von einem Großen, auch vom Bass her. Ich weiß nicht, ob ihr das als Vergleich hört, aber das ist halt ein riesiger Unterschied. So Leute, das war es auch mit dem Video. Abschließend lässt sich sagen, kauft nicht diesen Scheiß hier. Nicht, wenn er nicht so hart im Angebot ist, wie jetzt gerade. 20 Euro ja, alles andere da drüber ist, es ist halt Schrott. Da freut sich kein Schwein drüber, aber vielleicht so ein bisschen zum Rumclashen. Liebe Freunde, Daumen nach oben und natürlich abonnieren und wenn ihr selbst ein Lichtschwert habt und was für eins, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf und bevor ich mir jetzt hier irgendwie noch ein Auge ausschlage, mache ich jetzt auch Schluss. Wir sehen uns morgen mit einem neuen Video, dann wahrscheinlich wieder zu Mandalorian. Möglich macht mit euch sein. Ich bin... Ich bin... Ich weiß nicht, was ich bin. Tschüss.